Hallo, ich bin der Benjamin und ich bin unterwegs auf einer Trainingsradtour und zwar trainiere ich für meine Hashtag Omaratour. Es ist gerade zweites Frühstück angesagt, einfach Müsli. Und ich grüße dich Jens und den Rest Youtube. Und wir haben es 6,7, 6,6 Grad Celsius in der Luft. Heute früh waren es noch drei. Jetzt lasst ich euch noch ein bisschen mit eindrücken von der Tour von heute. Es werden auch wieder über 100 Kilometer wahrscheinlich werden. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder. Und tschüss. Während der Fahrt sind es 4,2 Grad. Viertel vor 1, Kraftwerk Philipsburg rechts vor mir. Und wir haben es 7 Grad Celsius. Was, was jetzt schon mal ein paar Mal im Und wir waren es nicht laugiert. Wir waren es nicht die Zufang. Wir haben es nicht die Zufang aufhören. Aber es ist die Zufang, dass es die Zufang ist. Und es ist die Zufang ist die Zufang. Aber das ist die Zufang. Und es ist die Zufang kommt. Und jetzt ist es die Zufang. Und wir sind die Zufang für ein Meer. Und tschüss.